Am 19. September letzten Jahres gestand der renommierte forensische Phonetiker Professor Matthias Hegel einen bestialischen Mord an einer obdachlosen Frau. Sie müssen mich jetzt verhaften. Ich habe gestern Abend eine Frau getötet. Was bringt ein Millionerben dazu, eine Obdachlose zu erschlagen? Ich vermute, man hat ihn gezwungen, diese Tat zu gestehen. Ich glaube nicht, dass Sie ein Mörder sind. Ich bin schuldig. Von wem werden Sie unter Druck gesetzt? Sie rühren an einem Mordfall, der unberührt bleiben sollte. Haben Sie den Anrufer erkannt? Seine Stimme wird beim Sprechen manchmal schnell und zittert. Er steigert die Lautstärke. Was ist jemand mit einer Mission? Mein kleiner Bruder wurde entfüllt. Ich komme ohne Ihre Hilfe nicht weiter. Es ist nur ein Spiel, das Hegel mit mir spielt. Was will er wirklich? Vergessen Sie meinen Fall oder Ihr Leben wird sich in die Hölle verwandeln. Auris. Jetzt streamen. Nur auf RTL Plus.